Verteidigungsgruppe 247, der in uns inneren Sektor Silaria ist in kurzem Sichtleite. Alle planetaren und interplanetaren Verteidigungsstreitkräfte bitte sofort melden. Der Funkverbot wurde sofort aufgehoben, der Notstand wurde erweitert. Zärtliche Truppen stehen unter dem Kommando von Piran Ea-Ross. An alle, wo seid ihr? Ich will um eure Verteidigungsgruppe 247, haben ihre Zonen erreicht, die reichen und frutzen Silaria und werden uns dem Kampf dort anschließen. Haltet durch, wir sind bald da. Untertitelung des ZDF, 2020